ja und genau mein buch ist da immer neues gab auch schöner artikel schon vor allem süddeutsche war sehr angetan ich sehr gefreut naja schaut mal rein ist super cool und echt viele neue sachen drin und aber gut ich habe ja schon in anderen videos dazu gesagt ansonsten wenn man meine arbeit noch nicht kennt gucken auf liebe chip.de vorbei ja heute wollte ich mal ein bisschen mit euch reden über aussöhnung mit den eltern offensichtlich ein wichtiger prozess für jeden von uns beziehungsweise prozess den man auch nicht tun will unter umständen der einem sehr schwer fällt und ja wir wollen uns heute mal ein bisschen paar gedanken dazu machen also ich denke dass für viele menschen eine lebensaufgabe wenn man so schwierigkeiten in der kindheit gehabt hat für andere mag es überhaupt kein thema sein warum ist es überhaupt wichtig ja also wenn man jahrzehntelang mit wichtigen menschen so überkreuz liegt ist das zwar menschlich und normal aber es ist nicht unbedingt so der allerschönste zustand und ich denke viele wollen den auch auflösen aber das ist eben nicht so einfach nur dass man sich jetzt sagt ich summe ich mit meinen eltern aus das funktioniert eben meistens nicht weil ja dann geht man vielleicht da hin und sagt also das wäre schon ein erster schritt überhaupt mal klar zu sagen was einem gestört hat das fällt ja vielen schon schwer gerade wenn man so ein bisschen plusbolig unterwegs ist ein bisschen co-abhängig aber dann geht man vielleicht hin und sagt es und riskiert dann gleich den nächsten großen streit das nächste große zerwürfnis ist wieder ein bisschen die tiefen der seele zerstört und frustriert und verletzt und ja dann ist ja auch nicht viel gewonnen und ich glaube das machen immer wieder menschen so versuche oder da gibt es mal phasen mit wenig kontakt und dann versucht man es wieder und also ich glaube es ist ein wichtiger psychischer prozess mit dem man sich auch zeit lassen kann ich glaube es geht da nicht darum in welchem zeitraum man das hinkriegt ich glaube das ist nur schön das hinzubekommen bevor die eltern halt sterben was sie ja in der regel vor allem tun und ja man dann das eben nicht mehr machen so ne und ich glaube wenn man so richtig über kreuzig mit seinen eltern denkt man vielleicht ist mir doch scheißegal dann sterben sie halt ist auch nicht anders als vorher es ist anders als vorher kann ich euch definitiv sagen es ist ja es gibt eben bestimmte dinge sind eben einfach nicht mehr zu klären und man hat auch wenn jemand gestorben ist hat man auch einen ganz anderen sicht auf ihn ist nicht mehr so im ego ist auch nachsichtiger und kann gut sein dass man es dann sehr bereut bestimmte sachen vielleicht nicht mehr angesprochen zu haben so ne und also insofern denke ich ist das für jeden wichtigen thema auch fürs innere kind natürlich ist es super wichtig ja die auseinandersetzung mit den realen eltern soweit es möglich ist weil da geht schon los und deswegen sage ich auch ganz klar dass man sollte sich da überhaupt keinen zeitdruck machen und wenn es jahrzehnte dauert und auch man da nicht immer daran arbeiten will ist ja klar ist überhaupt kein er ist wieder katze am start überhaupt kein problem aber ja man sollte es eben nicht gar nicht machen glaube ich persönlich ja was gibt es da für phasen können wir mal gemeinsam überlegen und auch mal in die kommentare schreiben also ich glaube erstmal ist natürlich wichtig festzustellen war vielleicht nicht alles so wie es mir gewünscht hätte das heißt ja auch nicht zwingend gut kein mensch ist perfekt eltern auch nicht und man selber auch nicht aber es gibt natürlich gerade bei menschen die übrigens so einen vermeidenden bindungsstil haben gibt es natürlich auch eine falsche wahrnehmung der kindheit als super super gut es gibt ja so ich auch mal wieder über gemacht werden plus pole die kindheit eher als ganz furchtbar und schrecklich hinderung haben haben menschen mit so einem bindungsangst themen vermeidenden bindungsstil haben häufig eine sicht auf die kindheit die so und also ungerechtfertigt positiv ist weil das alles hinter seiner wand verschwindet war alles super weil es super total cool also erst mal gehört natürlich festzustellen gehört dazu festzustellen was ist eigentlich hier schiefgegangen so ne das ist natürlich schon mal so der erste wichtige punkt und ja eine gewisse bestandsaufnahme zu machen sag ich mal und dann ja wenn man das gemacht hat kommt man halten diese lange phase wo man wahrscheinlich immer wieder versucht mit den eltern irgendwie kontakt drüber zu gehen und ich glaube es ist halt wichtig dass man so nach und nach lernt das eben nicht aus diesem verletzten inneren kind zu machen also nicht aus dem so ich bin jetzt kind das sind die eltern und ich habe sozusagen so von unten nach oben versuche ich das jetzt anzusprechen ich verweist auch gerne mal auf mein video das innere team da habe ich ja auch gesagt es gibt ja auch so wächteranteile es gibt ja nicht nur diese schwachen inneren kindanteile und wenn du mit diesen wächteranteilen die ja auch so häufig aus der kindart sind die einen schützen wollen wenn du mit dieser mit dieser wächterenergie so auf eltern los gehst wird wahrscheinlich auch nicht viel bei rauskommen und das heißt man sollte wann auch immer das möglich ist versuchen diese gespräche eben aus einem erwachsenen anteil zu führen und da ist unter umständen schon ganz viel arbeit nötig vielleicht muss man eine therapie gemacht haben und ich weiß nicht was das überhaupt an so einen punkt kommt dass man seine eigenen wurden überhaupt erstmal so einigermaßen versorgt hat dass man gespräch führen kann ohne alle zwei sekunden angetriggert zu sein selber auszurasten und ich weiß nicht was so ne also das ist natürlich erstmal so der eigentlich der erste schritt denke ich so also idealer idealerweise es läuft natürlich auch nicht so und dann muss man gucken was passiert auf der anderen seite dann merkt man vielleicht bei den eigenen eltern ja tut sich nichts auch wenn ich mit denen versucht das gespräch zu führen es ändert sich nichts es geht der gleiche kram immer weiter und dann geht es erstmal darum damit seinen frieden zu machen und nicht in so einer so einer wut zu bleiben aber da geht es eigentlich schon los also wir wollen nicht ewig in der wut bleiben aber wut will auch erstmal gespürt werden das ist immer wieder bei allen beziehungs themen die wir haben immer wieder dieser dieser spießruten lauf sag ich mal dass man man will natürlich nicht so ins ego gehen und selber in so täteranteile gehen andererseits kann man sich jetzt nicht auch einfach da hinstellen was man manchmal ja auch hört dass man so sagt ja ich bleib dir einfach in der liebe und ich denke alles mit liebe zu und so alles easy kein problem nee das sagt selbst der dala lama nicht mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen mit wie hilfreich wut sein kann habt jetzt aber nicht gelesen aber fand ich schon interessant sondern alle unsere emotionen wollen uns helfen und wollen auch gefühlt werden also das natürlich wie genau bei jedem anders aber wenn du total innerlich total würdend auf deine eltern wird dann muss das auch mal gefühlt werden vielleicht muss es auch mal gesagt werden vielleicht musst du auch mal einen baum anschreien und ich weiß nicht was aber wir sollten halt immer versuchen diese 3d energien zu 3d 4d 5d wo es jetzt kein rein spirituelles buch ist keine angst kann jeder lesen hier auch mehr drin diese 3d energien nicht einfach so raus lassen sag ich mal und das ist diese beständige zwiespalt in dem man da ist das rumläuft und eigentlich auch ein bisschen warten muss wenn man selber vielleicht schon eine menge arbeit gemacht hat auch warten muss dass irgendwo auf seiten der eltern auch irgendwas passiert und ich glaube bei den meisten eltern ich würde man sagen so in aller regel lieben die eltern ihre kinder total und es ist nicht böser wille wenn die einen schlecht behandelt haben wie gesagt es nach hausnahmen geben sondern es sind deren eigenen themen und deren eigenen unbewusstheiten die vielleicht auch aufgrund der früheren generationen oder natürlich also je weiter du nach hinten gehst zumindest die letzten tausenden von jahren würde ich mal sagen oder mindestens die letzten 2000 jahre kann man sicherlich sagen dass es jede generation vor uns noch schwerer hatte und wir natürlich auch also wir haben es definitiv heute leichter als unsere eltern die hatten halt kein internet die hatten halt nicht überall therapeuten sitzen und ich weiß nicht was und das muss man halt alles mit einbeziehen wenn man sich fragt wie konnten sie sich so verhalten ja es wird wohl mit deren psychen und mit vielleicht auch der situation nach dem zweiten weltkrieg und so wird das wohl das sein was denen möglich war so ne und ja also ich glaube das finde ich ja auch in liebesbeziehungen so schwierig wenn man davon ausgeht dass dinge die einem angetan werden dass die bewusst getan werden es gibt sicherlich immer mit unbekannten menschen zu tun dann muss das alles geben aber zwischen eltern und kindern dürfte es eher die ausnahme sein so schlimm ist auch manchmal das auch gar nicht fassen kann dürften es unbewusstheiten sein so ne und das geht wieder dieser eiertanz los dass ich sage ja meine eltern hatten auch ihre themen das sollte jetzt aber nicht dazu führen dass man sofort sagt dann denken was man alles mit nächsten liebe dazu und das alles kein problem ist alles easy und konnten es ja auch nicht besser weil das kann sehr stark sehr leicht wieder wieder in so eine co-abhängige haltung führen wo man andere menschen nicht konfrontiert damit dass sie einem echt verletzt haben so ne also ich glaube da muss jeder seinen eigenen weg finden an konfrontation loslassen erstmal einen eigenen frieden finden und dann auch ein bisschen darauf hoffen dass die zeit einem in die hände spielt weil auch die egos und schmerzkörper der eltern also nicht immer aber sehr oft lockern sich natürlich im alter also im höheren alter und man sollte gar nicht meinen was alles möglich ist so ne also ich kann zumindest jetzt nicht ins detail gehen aber aus meinem leben natürlich auf jeden fall sagen dass da unglaubliche prozesse möglich sind die vielleicht auch erst kurze zeit vorm tod stattfinden war natürlich die todesnähe selbst wenn menschen nicht wissen dass sie bald sterben führt doch zu einer erheblichen aufweichung in der seele und diese diese schutzmauern fallen weg und es kann auch sein dass man bestimmte lösungen wirklich erst bestimmte dinge erst kurz wenige tage vorm tod der eigenen eltern klären kann aber ja hat es selbst dann hat sich der ganze weg dahin selbst wenn es ganz lange gedauert hat hat sich der weg gelohnt weil wenn man ich glaube für beide seiten für vielleicht einen sterbenden elternteil als auch für das kind ist es glaube ich mega friedvoll wenn man sagen kann ja so können wir jetzt erstmal for the time being auseinander gehen und ja weiß jetzt glaube ich nicht heißt dass man jedes fitzel geklärt haben muss aber einfach dass man zu so einem punkt kommt wo man wo die liebe zwischen eltern und kinder wieder sichtbar wird fühlbar wird ausgesprochen werden kann das stand noch ein sehr lohnenswertes ziel zu sein so ne also woran man auch immer sieht dass man noch themen hat oder dass oder dass die älter noch themen haben ist wenn man sie besuchen ist sehr schwierig ist das kennen glaube ich ganz viele das heißt auch nicht immer dass man so eine horror kindheit hatte dass ich glaube das haben so viele menschen können wie auch gerne mal kommentieren dass wenn die längere zeit zu hause sind als erwachsene das ist schwierig ist weil mein gott was man alles so an themen aufbaut so in so einer kindheit und eine selten kind beziehung die ja wirklich so komplexes wahnsinn also wie gesagt heute mal dieses thema aus sicht des erwachsenen kindes ich sagte auch gerne was zu aus sicht des erwachsenen aber dass das mal wäre ein anderes video also ich würde sagen geht es im prozess an verrate ich nicht in diesem prozess dann machte ich nicht unnötig klein habe auch keine angst davor mal in phasen oder auch lange phasen zu gehen von nullkontakt wenn dann eltern einfach total im ego sind und jedes mal wehtun und ich überhaupt nicht verstehen und einfach nur ja steinhart sind sodann das ist auch los aber ich würde es nicht aus den augen lassen und wird so ein bisschen wie so eine katze vor mauseloch ist ein holpriger vergleich aber warten wann der zeitpunkt da ist wo wo sich vielleicht doch was bewegt und bis dahin ja das machen was man machen kann an sich selber arbeiten den frieden an sich finden und auch darauf hoffen dass ich bin da mittlerweile überzeugt von dass die arbeit die du an an dir selber machst du machst natürlich in allererster linie für dich ist ja klar erst mal sauerstoffmaske sich selber aufsetzen aber die arbeit die du selber machst die psychische psychologische therapeutische arbeit die du an dir selber machst durchzieht sich energetisch durch alle generationen also sowohl nach hinten als auch nach vorne und dies nicht umsonst also du kannst hier wirklich themen dann familien system lösen die dann auch sowohl auf die vorherigen generationen wirken also auf deine eigenen kinder wirken und das ist eine heilige arbeit hätte ich fast gesagt und sehr friedvoll aber du solltest das wie gesagt nicht machen aus dem gefühl ich muss jetzt in meinem familien system arbeiten sondern du machst einfach die arbeit für dich und dabei passiert das quasi automatisch ja heute mal ein anderes video hast mir gerne like da oder abonniert mein kanal könnten wir auch kanal mitgliedschaft freut mich auch mal sehr drüber und genau soweit das wollte ich erst mal dazu sagen wir sehen uns bald wieder und vielleicht auch auf den lesungen also wenn ihr das jetzt video hört hier kann auch sein dass das schon die lesung in hamburg am start ist da sind wir gerade dran guckt ja mal auf der auf liebeschiff.de vorbei ja